Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Warriors. In der letzten Folge haben wir gegen Darius gekämpft und haben herausgefunden, dass unsere Mutter also die Mutter von Rowan und Lissana noch lebt, weil für das Ritual um den Chaos Drachen zu beschwören, man anscheinend kündigliches Brut braucht. Jetzt haben aber die Mutter von Rowan und Lissana befreien können und mal schauen, was jetzt geschieht. Wenn Darius wurde letzte Folge von uns besiegt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. All of your schemes have come to nothing. Darius, open your eyes already. Darius, how do you intend to clean up this mess you've made? Don't worry, father. I have a plan. Royal blood is the key. and you're teaming with it. Darius, you fool. He killed his father and he didn't bat an eye. even your shadows. Darius, you, you killed King Oscar. You killed your own father. Why are you surprised? Why are you surprised? His usefulness to this world was at an end. He was a strong king, but only I can handle the Chaos Dragon's power. power. In fact, he's probably rejoicing in the knowledge of what I will accomplish. I can't believe what I'm hearing. Maybe our friend truly is gone. Get it together, you two. If you can't do this, who can? He's right. We need you two at your best if we want to survive. Remember that you can rely on your friends. We're with you. I don't know what to say. Yes, you do. It's thank you. Thank you, everyone. We can still save Darius. We've got to. Yeah, we swore we'd get him back. We can do this. There it is. You two are sounding like your own selves again. Come on. It's time to prove to Darius how much you care. Thank you, Krom. Let's go! Yeah! Are you done with hugs and love time? Next up is woe and sorrow. Look around you. Soon this castle will be filled with monsters again. You can't stop this. Fighting is as useful as shouting at a rising tide. You're pathetic, worthless hope. It'll vanish into darkness with everything else. Okay, also nochmal den gleichen Kampf. Darius ist aber mit uns ein Ding. Also das heißt wahrscheinlich, wir können noch nicht besiegen, bevor wir die Weisen nicht besiegt haben. Richtig? Und den Torwächter. Ja, der hat nicht mal... Doch, der hat einen Torwächter. Ach, dieser Kampf. Keine Ahnung. Wir könnten Darius jetzt schon besiegen. Wahrscheinlich mit sehr viel Zeit. Aber ich glaube, ich kümmere mich erst um alles andere. Aber ich glaube nicht, dass wir den besiegen können oder so. Zumindest jetzt noch nicht. War mit der Macht des Chaosdrachen. So, Kumpel, ich hau mal ab. Darin, du kommst mit mir. Genau. Also die drei... ...mal die Dinger besiegen. Die Dinger besiegen. Das geht gut. Das ist durch meine Körper. Meine sehr血, mit mit schwarzen Feuer. So. Daher ist die Kraft. Das ist die Kraft. Woher kommt der Kraft? Das ist die Kraft. Auf der Kraft. Oh, die. Ich habe die Kraft. Ich habe eine Begründung. Ha, 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 ha. Die Kraft flog. naja ich würde euch jetzt gerade gerufen das heißt ich werde jetzt gleich pause machen aber erstmal wollen wir noch ein bisschen auf so einfach daumen wir so den kommandanten wir daunen wieso kann ich den jetzt nicht besiegen gerade gut daunen wir dir mein freund den daunen schotten wir mal wieder komm one shot wieso können wir die one shotten das finde ich übelst geil bin schon dabei die haben extrem viele leben noch mal so das sollte reichen aber danach mache ich kurz pause gut levelausstieg hier und der finsterkristall ist da gut dann mache ich kurz pause und wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder jetzt machen wir weiter und schauen dass wir das jetzt ohne weitere störung durchschaffen das level so ich glaube in die richtung können wir nicht weiter richtig nope cordelia was machst du eigentlich bei darian äh bei darius wir müssen in die richtung ach die gegner da oben die ich one shotten kann so hier ab so so ich siege die verstärkung ok das wird übel wahrscheinlich so die ist da oben auf muster hoch wo ist takumi oder bro alter takumi quadelia ist also nachdem so fertig schauen wir dass wir die festung einnehmen was wir dann weitermachen reizen chaos order posten kommandant der ist easy so hier das dürfte easy sein hier one shot oder auch nicht aber einfach halt so hier das obbare ist immer mehr leute geprüft so einfach weitermachen einfach weiter in die richtung cordelia du musst raus da so so und lisa so dann schauen wir dass cordelia vielleicht unterwegs heilen komm jetzt hier raus wir gehen gerade aus oder außenrum will er gesagt du bist da so hier lang bin eigentlich schon auf dem weg da hin aber es sind halt sehr viele gegner hier unterwegs so dann der torwächter hier lisa level 23 ich werde mich überlegen an wen ich dann das nächste meistersiegel gebe habe ich echt noch keine ahnung an wen so gut hier gehen wir da raus da ist einer der weisen so da kommt hier greifst du mal an so so da mit dir da ist ein haufen einfache Monster gut so gut hier das ist ich hatte gehofft dass Darius auch fertig ist äh Darian mit seiner Anzeige aber nein ah Darius 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 sorry sorry so zwei der drei weisen sind down so so und jetzt roben oder ja gut Rindsler kristall zerstört Darius wird schwächer da komme ich nicht lang dann Cordelia weil du gerade nichts besseres zu tun hast immer da hoch ja weiter geht's da lang und hoffen einfach dass wir zu dem letzten weisen hinterkommen oh okay okay perfekt gut gut hier so hier gut hier laden du bist down jetzt kommen alle her perfekt ja gut die Monster hätte ich sowieso gewonshottet aber den Rest kriegen wir vielleicht auch damit down ja perfekt so gut hier noch die letzte Festung einnehmen und dann gehen wir davor da können wir nicht was ach komm ich hab jetzt nicht auf den laden geguckt komm echt jetzt ich hab nicht mal gewusst dass ich der laden schon geöffnet war ich hab bin ich naja dann wäre ich die Mission der Privatnummer spielen müssen dann ab zu Darius vielleicht schaffe ich sogar bis zur nächsten Folge den Ding zu kriegen schade mehr kann ich nicht mitnehmen perfekt gut perfekt perfekt so ja er ist schon down oder fast down ach komm echt jetzt ist ob der noch mehr Tore geordnet hat nachdem ich ihn fast down hatte ach sogar eins ist hier sag mich wir können ihn nicht besiegen Jungs besiegst du mal ich versuch's ja ich kann ihn nicht besiegen ich muss nur auf die Nachrichten erwarten schade 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 wir haben nicht hier um dich zu schaden ich weiß dass es noch eine Chance zu retten nicht egal was du hast verdammt Rowan du hast das der Welt für das nicht schade nein warum du wirst du nicht Ich bin heute Morgen! Das würde nichts passieren würden, wenn ich nicht so schrecklich wäre! Es gibt nichts schrecklich über dich! Selbst jetzt, du hältst du es, Faye! Ich habe mich zu verletzt. Jetzt! Bist du deine Schwerte! Und mich für den guten guten uns alle! Wie ist die guten guten uns alle? Wir haben es so weit gemacht! Ich zeige dir! Du kannst dich zu retten! Du zu retten Kinder! Jetzt ist es zu früh! Naja. Okay. Wann? Meistersiegel. Wann? Wem schmeißen wir das rein? So, ich hab keine Ahnung, wie ich dem's geben soll. So, das dürfte das vorletzte Kapitel sein. Naja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt Offcamp schauen, Annas Andenken zu sammeln. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao. Euer Gladius.